Morgens die Mails und die sozialen Netzwerke checken, in allen Fragen das Internet fragen und wenn die Freundin Nachrichten schickt, sofort mit ganz vielen Smileys antworten. Familie Winkler ist immer on. Nicht nur die Kinder schauen täglich mehr als 50 Mal auf das Smartphone. Zum Beispiel die Konfi-Gruppe von Michael, die bespricht alles im Messenger und demnächst steht eine Freizeit an. Die Kirche der Winklers organisiert sich über einen cloudbasierten Online-Dienst. Da planen die Gemeindeleiter Gottesdienste, verwalten die Kirchenmitglieder und auch Michaels Konfi-Freizeit wird darüber gemanagt. Seit ein paar Wochen gehen die Kinder noch lieber mit in die Kirche. Da gibt es seit kurzem endlich kostenloses WLAN. Neulich hat die Pfarrerin davon gesprochen, dass der Gottesdienst vielleicht auch bald ins Netz verlegt wird. Einfach von zu Hause aus Predigt gucken, kommentieren und damit in der Predigt vorkommen, klingt nicht schlecht, finden auch die Eltern. Schade wäre es um das gemeinsame Singen. Das findet Mama Sabine immer schön. Vor kurzem haben die Winklers erst den Segensroboter der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau gesehen. Der Segensspruch von ihm hängt jetzt am Kühlschrank, direkt neben dem Bild von Onkel Sam aus Montana. Der ist ein kleines bisschen verrückt. Neulich hat er beim Skypen erzählt, dass er jetzt selbst Paare trauen darf. Er ist Mitglied in einer reinen Online-Gemeinde. Er hat auch so einen Sprachassistenten zu Hause. Um seine Daten macht er sich keine Sorgen. Das ist so schön bequem. Papa Winkler sieht das ein bisschen anders. Ihm kommt so ein Gerät nicht ins Haus. Für ihn ist es unheimlich genug, dass der Fernseher Internet kann. Seine Familie ist da deutlich digitaler. Mama Sabine misst mit ihrem Fitnessarmband jeden Schritt und Tritt. Die Kinder werden mit Smartphones groß und wissen, die sind gar nicht nur zum Daddeln da. Neulich war Tochter Miriam im Museum und hat Dinosaurier gesehen. Riesengroß und lebensecht. Zumindest solange sie ihre Smartphone-Brille aufhatte. Ganz schön spannend, was da auf uns zukommt. Zumindest solange sie ihre Smartphone-Brille aufhört.